Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contour Academy und in diesem kurzen Video werde ich dir zeigen, wie wir den URL-Suffix .html wegbekommen. Wie das funktioniert zeige ich dir jetzt. Und zwar haben wir jetzt den Ausgangszustand, dass ich das URL-Umschreiben bereits aktiviert habe, aber hier hinten eben dieser Zusatz .html ist und ich würde gern, dass die URLs so ausgegeben werden, dass das eben ohne dieses .html passiert. Was benötigen wir dazu? Zunächst gehen wir ins Backend und wechseln unter dem Bereich Einstellungen. Unter Einstellungen gehen wir so weit nach unten, bis wir den Bereich Frontend-Einstellungen finden und löschen hier diesen URL-Suffix komplett raus. Das heißt kein Leerzeichen, kein gar nichts, einfach komplett entfernen. Ich muss URLs-Umschreiben aktiviert haben. Falls ich das nicht hätte, müsste ich das ebenfalls machen. Ich gehe auf Speichern und Schließen und als nächstes muss ich meine htaccess bearbeiten. Dazu verwende ich jetzt einen Editor, in meinem Fall den Coda und gehe in das Root-Verzeichnis meiner Installation. Und hier finde ich, wenn ich das bereits mal gemacht habe, eine htaccess-Datei. Soll ich das noch nicht gemacht haben, nehme ich die .htaccess-default, kopiere diese einmal und lösche den Bereich .default weg. Das heißt, ich öffne dann meine htaccess-Datei und gehe ca. auf Zeile 250. In dieser Zeile finden wir dann diese zwei Befehle, die wir eben jetzt auskommentieren müssen. Dazu entferne ich einfach vor diesen zwei Befehlen das Raute-Zeichen. Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass man noch eine weitere Zeile hinzufügen sollte. Dazu kopiere ich einfach die bestehende Zeile, füge die neue Zeile darüber ein und nenne diese hier hinten statt dem "-d", noch ein "-f". Im Endeffekt wird jetzt geprüft, ob die Datei vorhanden ist, ob das Verzeihnis vorhanden ist und ansonsten schreibt er das quasi richtig um. Wenn man diese zwei Zeilen hier oben weglassen würde, dann kommt man später nicht mehr auf die Installation schräger Contao. Das heißt, ganz wichtig, diese Zeilen sollte man so setzen. Ja, und wenn ich das jetzt gemacht habe, dann muss ich manchmal noch den Cache, meinen Seitencache leeren, aber ansonsten funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn ich jetzt zurück auf meine Startseite gehe und ich navigiere jetzt auf eine beliebige Unterseite und dann sehen wir, dass hier oben ein .html weg ist. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de. 2